Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind momentan am Fahren, aber wir dachten uns, wir drehen das Video dieses Mal im Auto, weil das mal was anderes ist. Nicht immer nur zu Hause, zu Hause, zu Hause. Ja, auf jeden Fall, wir wollten euch unsere Love Story erzählen, wie wir zusammengekommen sind. Wir hatten ja ein Jahr lang Schluss, wie das sich so alles entwickelt hat und so, das wollten wir euch so erzählen im Auto. Und ich hoffe, das stört euch nicht, aber mal was anderes. Wie sollen wir anfangen? Soll ich anfangen? Also Augele hat in einer Shisha-Bar gearbeitet, die heißt Coco Berry und ich bin da damals mit meinen Freunden hingegangen, die haben Shisha geraucht und da war eine Kellnerin, mit der waren wir ganz gut. Die war aber viel älter als wir, ne? Die ist bestimmt zehn Jahre älter als wir, also als ich auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich hab ihr gesagt, boah, dieser Shisha-Junge ist voll hübsch und, aber sagt ihm das auf keinen Fall, weil ich bin keine Person, die Männer anmacht. Also vor allem keine Kellner oder Shisha-Junge, warum guckst du so? Mhm. Du Arsch, die werden jetzt falsch verstehen. Ja, auf jeden Fall hat sie das natürlich auch erzählt und das musst du jetzt erzählen, wie sie dir das erzählt hat. Sie hat mir versprochen, dass sie das ihm nicht erzählen wird. Ja, dass du mich hübsch findest, du willst mich kennenlernen und damals, weißt du, was geil war? Und ich wusste nicht, dass er kein Deutsch kann, das wusste ich nicht. Und damals, ich konnte überhaupt kein Deutsch, nur wie geht's, hallo, was machst du? Tschüss und die Shisha-Sorten. Nur die Shisha-Sorten, das war's. Ja, und danach saßen wir in so einer Runde, nach ein paar Tagen und dann hat sie aus Alufolie Ringe gebastelt, ne? Dann hat sie bei mir eins dran gemacht, bei ihm eins und meinte, ihr seid verlobt. Da dachte ich mir, okay. Und was krass ist, das ist einfach wahr geworden, ja? Schon, ja. Und dann hat Audel mich gefragt, ob er meine Nummer haben darf. Ich hab nein gesagt. Nein, Facebook. Du hast erst Nummer gefragt, dann hab ich... Facebook, hab ich gefragt, ja. Facebook, dann hab ich dem meine Facebook-Adresse gegeben. Früher war das ja voll in, jeder hat Facebook. Ja, und dann haben wir ein paar Mal geschrieben. Jetzt mittlerweile, jeder hat Snapchat, Instagram, Facebook, tausend andere Sachen. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall uns getroffen. Und Audel wollte unbedingt sagen, ich bin voll schüchtern, ne? Nein, wir haben auf Facebook geschrieben, dass wir uns treffen. Also natürlich meine Freunde, meine Freunde haben für mich geschrieben. Ich hab zwei Freunde gehabt, die konnten perfekt Deutsch. Dann haben die halt für mich geschrieben. Und die dachte, ich hab das geschrieben. Und danach ist rausgekommen, dass ich kein Deutsch kann. Dann haben wir uns bei uns hier Rohdorfplatz getroffen, vor Giga Santa. Dann sind wir Shisha-Raupen gegangen. Alles Shisha, 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 Shisha. So, wir saßen, ich kann mich noch erinnern, wir saßen auf Tisch 8 damals. Ja. So, haben wir ganz normal Shisha bestellt. Und wir saßen, wir wussten nicht, worüber wir sprechen sollen. Also, ich konnte kein Deutsch und sie wussten nicht, was sie erzählen sollen. Ja, weil ich dachte, der versteht mich eh nicht, egal, was ich erzähle. Ich weiß nicht, dann irgendwann, ich wollte ja sagen, irgendwann, ich wollte ja sagen, ich schäme mich, aber ich wusste nicht, wie das Wort heißt. Was mache ich? Ich hole Handy raus, ich rufe Freunde von mir an. Ja, was heißt das, ich schäme mich? Also, auf kurdisch habe ich gesagt, wie heißt das? Dann hat er mir auch deutsche SMS geschickt. Dann habe ich ihr halt gezeigt, okay, ich schäme mich. So. Dann habe ich verstanden, okay, ich schäme mich. Dann habe ich, ich habe auf jeden Fall einen Kakao getrunken. Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, Schwarzteck war. Nein, Milchkaffee. Milchkaffee, okay. Nein, heißer Milch. Heißer Milch, okay. Ja, und dann, ähm, zwei Tage später bin ich, also, wieder zu Coco Berry gegangen, der war am Arbeiten. Dann hat er mich in die Küche gerufen. Ne? Nein, ich habe dich vorher die ganze Zeit geschrieben, du bist... Ich war kalt. So. Ja, weil meine Freunde die ganze Zeit mir eingeredet haben, der will dich nur wegen dem Pass und er meint das nicht ernst, weil der hat mir am ersten Tag gesagt, dass er mich liebt. Und bei uns gibt es sowas ja eigentlich nicht hier in Deutschland, ne? Ja, und dann? Ja, und dann, ähm, an dem Tag, wo sie mich geküsst hat... Warte, davon wissen die doch nichts. Wie? Von dem Kuss wissen die doch nichts. Du musst mir erzählen, warum ich dich geküsst habe. Ja, ich war irgendwie abgefragt sauer, weil sie die ganze Zeit nicht geantwortet hat. Dann bist du... Dann habe ich dich hinten in die Küche gerufen. Genau, und er meinte, du bist voll kalt. Und dann habe ich ihn einfach geküsst. Keine Ahnung, wie das kam. Ja, und dann haben wir uns geküsst. Und am selben Abend habe ich gesagt, es wird nichts geküsst. Kann man mich wiederholen? Nee, ist egal. Ja, auf jeden Fall, das war unser erster Kuss in der Küche. So, halbe Stunde danach war Schluss vorbei. Warum? Nein, am Abend. Am Abend, Schatz. Ja, für mich war die halbe Stunde. Naja, äh... Und dann war erst mal Funkstille, dann habe ich angefangen zu kellnern bei Barcode. Und dann ist, äh, hat er mir geschrieben. Ja, dann bist du immer so spät nach Feierabend zu uns Shisha rauchen gekommen. Genau, immer mit Freunden, mit Jungs. Also, das waren aber nur Freunde, ne? Also, nichts anderes. Ehrlich, das waren nur Freunde. Und ich habe dann immer versucht, eifersüchtig zu machen. Ich weiß nicht, warum. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gekellnert in Barcode. Und dann hast du mir auf Facebook geschrieben. Und ich habe diese Shisha-Barcode gehasst. Ich wollte nie da reingehen. Aber wegen mir, ich bin ja zweimal reingegangen. Und einmal habe ich nochmal nach ihrer Nummer gefragt. Und einmal bin ich reingegangen mit Freund. Haben wir Billard gespielt. Ne? Ja. Ja. So, und an dem Tag habe ich sie nochmal gesagt. Äh, ich schreibe dir auf Facebook. Kannst du mir bitte antworten? Oh, ich habe ja, ja gesagt. Damit er ein bisschen rüber ist. Ja, genau. So, hast du aber nicht. So, dann hatten wir wirklich... Gar keinen Kontakt mehr, ne? Sechs Monate. Ne, gar nicht. Über ein Jahr. Walla war über ein Jahr, ja. Dann dachte ich mir, okay, jetzt ist es vorbei. Also, finde die jemanden anderen. So, dann habe ich gekündigt bei Barcode. Und habe eine neue Stelle gesucht. Und dann bin ich zu Rotana Garden. Ich wollte ganz normal nach hinten, meinen Probetag machen, mich umziehen. Dann gehe ich in die Küche. Und wer steht da? Oh, sorry. Ist der behindert? Wie fährst du, Alter? Guck mal, guck mal. Ich schwöre, Frau, siehst du? Ja, auf jeden Fall bin ich dann in die Küche gegangen. Hab, äh, wollte mich umziehen. Und dann gucke ich, der steht da. Dann hast du gesagt, nicht dein Ernst, oder? Nein, du hast gesagt, was machst du hier? Ja, und ich meinte, was machst du hier? Meinte, ja, ich arbeite, sag ich, ja. Perfekt, ich auch. Scheiße. So, jetzt. Hände auch schon. Ja, und dann, ähm... Und da hat Krieg angefangen, Leute. Jeden Tag Streit, jeden Tag abgefangen, nach Hause zu gehen, jeden Tag. Schatz, warte doch mal. Mit schlechter Laune zu arbeiten. Auf jeden Fall, ähm, haben wir immer Bons gehabt. Wenn jemand was bestellt hat, hatte man einen Bon, Shisha-Bon. Also hat man getippt. Genau, was für einen Geschmack jemand möchte. Und dieser Bon müsstet ihr zu uns bringen, nach hinten. Genau, zu den Shisha-Jungs. Dann hab ich den Bon gedruckt, hab dann gesagt, hier, Blaubeerminze. Dann meinte er, nein, du schreibst das auf. Aber man sagt, nein. Nein, Strone-Minze. War das nicht Blaubeerminze? Strone, ja. Okay. Und dann, ähm, auf jeden Fall, ja, hab ich gesagt, Zitrone-Minze. Der meinte dann, nein, du schreibst das auf, sonst mach ich die Shisha nicht. Dann hab ich gesagt, nein, du musst die machen, die Zitrone-Minze. Das war die einzige Shisha, die gerade da war, ne? Das war einfach, ich war so schur. Und dann meinte er, nein, wenn du das nicht aufschreibst, dann mach ich die nicht. Dann hab ich draufgeschrieben, fuck you. Zitrone-Minze. Genau. Dann hat er mich gepackt, Leute, am Arm. So. Ja, ja. Dann hat er mich gepackt. Wie Hackfleisch, wie du so klein machst. Dann hat er mich zu sich gezogen und dieses, oh, ich hab seinen Atem gespürt, sein Parfüm, alles, das war so schön. Und dann, was hast du gesagt? Danach war ich so im siebten Himmel. Ich hab nichts mehr gespürt. Was hast du da gesagt? Boah, da erinnere ich mich auch nicht mehr. Also dieses Gefühl war so schön. Und dann waren wir zusammen. Nach einer Woche sind wir direkt zusammengezogen. Ja, nein, 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 jetzt warte, warte, jetzt du hast alles so durchschraubt. Nein, warte, danach fängt der Streit an. Also, stellt euch vor. Ja, bevor wir zusammenkommen, Streit hat angefangen, Schatz. Wir hatten ja immer Streit. Ja, ich meine, dieser große Streit, wo ich dich rausgeschmissen hab. Ja, das war aber, nachdem wir zusammen gewohnt haben. Nein, das war vorher, ja. Nein, das war danach. Ich hab dich rausgeschmissen, danach hast du diese Wohnung gefunden. Was redest du? Schatz, du bist voll gesprungen jetzt. Lass mich mal erzähl. Ah, okay. Auf jeden Fall haben wir dann zusammen gewohnt. Nach einer Woche. Und dann hat, also, Autor hat mir gar nicht vertraut. Gar nicht. Wenn ich mich mit Freunden treffen wollte, muss ich nur zwei Schritte gehen, zur Halte gestellt. Er hat mich bis dahin gebracht. Weißt du mir auch, Eva Platz? Ja, du mich auch nicht. Du wolltest mich verarschen, deswegen hab ich dich auch nicht vertraut. Du wolltest mich verarschen, hast du mir gesagt. Ja, du auch. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch, da hatten wir Streit, weil ich auch deine Sache erzählt hatte und der Mensch geplaut hat. Bla, bla, bla. Dann hat er die erste Rückfall von mir bekommen. Und dann hatten wir auf jeden Fall Streit. Wir haben aber trotzdem zusammen gewohnt, ne? Also nein, ich war zwei Tage weg. Und dann hatten wir einen Freund, Arkan. Der hat die ganze Zeit gesagt, oh, der vermisst dich voll. Und zudem hat er gesagt, ey, der vermisst dich, obwohl wir das sowas gar nicht gesagt haben, ne? Der hat uns halt versucht, wieder zusammenzubringen. Und dann waren wir wieder zusammen. Nee. Dann, ich war, doch, dann waren wir zusammen. Aber der war trotzdem sauer auf mich. Und, ähm, ich weiß noch, an dem Abend hab ich so viel Alkohol getrunken nach Feierabend. Weißt du noch? Da war ein alter Klassenkamerad von mir. Der hat mich dann nach Hause gefahren. Auch der war am Arbeiten. Ich weiß noch, der hatte einen Smart. Wir sind dann irgendwo in Ports ausgestiegen. Und ich hab mich übergeben bis zum Gehtnichtmehr. Dann hat der mich auf jeden Fall hochgebracht. Hat gewartet, bis ich mich hinlege, ist wieder raus. Und ich hab so getan, als ob ich schlafen würde. Dann ist er halt rausgegangen. Sobald der Freund draußen war, hab ich auch der dann gerufen, voll am Weinen, ne? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, Mann. Also, wenn man besoffen ist, hat man wirklich die Wahrheit. Also, vorher natürlich hatten wir Streit gehabt. Genau. Und dann, mir ging's wirklich sehr, sehr schlecht an dem Tag. Und da hab ich wirklich gemerkt, dass mir was an ihm liegt. Dass das doch kein Spielen ist. Und dann weiß ich noch, wir hatten einmal mit Aude al Streit. Da hat der so viel getrunken, Leute. Zwei Desperados, zwei Corona und eine Flasche Vodka, ne? War das? Und der hat nicht mit mir geredet. Und dann haben wir uns hingelegt. Und dann ist er aufgestanden auf Klo. Der hat sich sowas von übergeben. Der hat alles gemischt, was er sie gefunden hat zu Hause. Und wir hatten früher wirklich viel Alkohol zu Hause, weil wir in einer Bar gearbeitet haben. Ja, und dann sind... Und dann hab ich mir eine Wohnung gesucht. Ich weiß auch nicht, warum, ehrlich gesagt. Weil wir uns einfach nicht vertraut haben, ne? Weil diese Streitigkeiten immer waren. Dann haben wir uns halt eine Wohnung gesucht. Und er hat zwar mit mir gewohnt, aber er hat immer gesagt, er war auch ehrlich zu mir. Er meinte, du bist nur mit mir zusammen, bis du deine Wohnung fertig hast. An Möbel und so. Und dann wirst du eh sagen Tschüss. Obwohl das nicht gestimmt hat. Dann hatten wir halt die Wohnung, müssten da Miete zahlen, da Miete zahlen. Und dann nach zwei, drei Monaten haben wir uns wirklich hingesetzt und haben ehrlich miteinander gesprochen. Der hat mir seine Probleme erzählt. Ich hab ihm meine Probleme erzählt. Und dann haben wir uns nicht vertraut, ne? Wir hatten einfach Angst, dass wir uns wieder streiten, dass ich ihn rausschmeiße oder er mich. Und dass wir dann halt getrennte Wege gehen. Und dann quasi... Er hat nämlich hier keine Familie gehabt. Und ich hatte mit meiner Mutter damals auch keinen Kontakt. Und wir hatten einfach Angst, dass ich halt unter der Brücke schlafen muss. Ja, dann haben wir halt auch mit ehrlich geredet. Und danach ging alles... Also bevor ihr jetzt fragt, warum hat sie keinen Kontakt mehr mit ihrer Mutter, das ist... Das ist sehr, sehr privat. Und es ist jetzt wieder auch alles gut, alles geklärt. War ein Missverständnis und ist alles wieder gut. Also wenn man Fehler macht, wenn man nicht setzt und nicht über diese Sachen spricht, dann... Irgendwann platzt es. Irgendwann platzt es. Und egal ob deine Schwester ist, dein Mutter ist, dann platzt es. Und dann ist es zu spät, ehrlich. Als ich die Sache verstanden habe, die Sache war ja nicht so groß. Dann habe ich ihre Mutter angerufen, dann haben wir uns gesessen, alles geklärt und fertig. Auf jeden Fall, wir haben uns mit Audet wirklich sehr viel geholfen. Und er hat... Ich habe in meiner Vergangenheit viel letztes erlebt. Er hat mir geholfen, das zu vergessen. Ich habe versucht, immer bei ihm zu sein, weil er halt hier auch keinen hat. Also wir haben uns wirklich die ganze Zeit zusammen unterstützt, nach dieser Sache, nachdem wir uns zusammen hingesetzt haben und geredet haben. Und Leute, ich kann euch nur sagen, wenn ihr in einer Beziehung seid, redet. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und natürlich am Anfang, als ich sie heiraten wollte. Also wir wollten erstmal zurück für immer nach Irak. Genau, also wir haben uns wirklich... Weil wir dachten, wenn wir hier keine haben, dann alleine können wir auch nicht überleben. Also überleben kann man ja, aber mit Familie ist es schöner natürlich. So, dann haben wir überlegt, dass wir zurück nach Irak fliegen. Aber das war wirklich... Wir wollten wirklich... Wir haben Wohnungen gekämpft, alles. Also ich habe alles verkauft, Wohnungen abgegeben. Wir waren kurz davor, dass wir für immer nach Irak fliegen. Dann... Irgendwann die Mutter hat sich gemeldet. Weil sie gehört hat, dass wir nach Irak fliegen wollen. Dann haben wir halt erzählt, ja, ich meinte das ernst mit ihrer Tochter. Ich will ihrer Tochter heiraten. Aber meine Mutter hat in der Zeit auch noch nicht gemacht, weil sie ihn natürlich... nicht kannte, ne? Sie dachte, sie hatte auch diesen Eindruck, Irak gleich direkt Krieg und Kriegsgebiet. Was ja nicht stimmt. Da, wo sie wohnen, gibt es auch... Naja, egal. Also wir haben uns überreden, dass wir doch in Deutschland bleiben. Dass sie uns unterstützt und hilft. Und egal, wann wir sie brauchen, dass sie für uns da ist und so weiter. Okay, dann sind wir in Deutschland geblieben. Dann haben wir eine größere Wohnung gemeldet. Also die jetzige Wohnung haben wir jetzt. Genau. Und wir hatten echt... Wir haben die innerhalb von einem Monat bekommen. Wir haben wirklich nur einen Monat Zeit gehabt, um eine Wohnung zu finden. Und die haben wir dann auch zum Glück bekommen. Also wir sind bei Freund von mir geschlafen. Wir haben nur einen Monat, weil wir nichts mehr hatten. Wir dachten, es ist vorbei. Also wir hatten wirklich auch Tage, wo wir einfach kein Geld in der Tasche hatten. Und deswegen schätzen wir das halt mehr. Wir hatten wirklich sehr, sehr viele schwere Zeiten miteinander. Was ich aber auch sehr gut finde, weil das hat uns mehr Halt gegeben, mehr Kraft. Ja, diesen Zusammenhalt. Und ja, dann haben wir... Auf jeden Fall, dann haben wir beide hart gearbeitet. Knapp zwei Jahre, ein Jahr oder so. Zwei Jahre. Wir haben auch wirklich zusammengekehrt, also zusammengearbeitet. Nein, nach dieser Aktion und so, da wo wir zurück nach Irak wollten, dann hast du bei Yogi Simon gefahren und ich habe bei Nea Gans. Nein, nicht direkt danach. Schatz. Und dann habe ich Rotana, klar. Ach so, stimmt, stimmt. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall bei Rotana aufgehört. Wir haben da gearbeitet, wo wir unser erstes Date hatten. Und ja... Da haben wir echt richtig gut Geld gespart. Und dann mit diesem Geld haben wir Möbel, Portionen, alles Mögliche gemacht. Und danach... Also ich muss auch sagen, wir waren zusammen. Sechs Monate später haben wir uns verlobt. Dann ist Lina auf die Welt gekommen. Also nach ein paar Jahren. Und sechs Tage nach Linas Geburt haben wir geheiratet. Das soll auch jetzt geklärt sein, weil sehr viele Fragen immer. Ja, und jetzt... Wir können später weiter... Haben wir eine europäische Ehe? Nee, wir können jetzt direkt beenden. Das war's doch. Willst du was sagen? Ja. Also... Und danach haben wir uns für Lina entschieden. Dass wir... Ja. Und ehrlich, Leute, das war sehr spontan. Wir saßen da. Und er meinte, stell dir mal vor, also wir haben uns hingelegt und haben gekuschelt. Ich habe damit angefangen, ne? Dann meinte der... Ich war an dem Tag wirklich sehr, sehr müde. Und meinte sie, was ist los und so. Dann meinte ich, ja, ich wünsche mir, dass ich irgendwann nach Hause komme und dass ein kleine Mädchen oder Junge, dass sie die Tür aufmacht und sagt... Und danach sind deine ganz... Bist du halt nicht mehr müde, ne? Ja, ihr wisst so, was wir meinen. Ja. Ja. Und dann haben wir es versucht und jetzt hat das beim ersten Mal geklappt. Also... Ganz spontan. Ja. Ja. Aber... Das krasse ist, da wo wir uns entschieden haben, dass wir ein Kind auf die Welt kriegen, da hatten wir auch... Verdammt, also da waren wir auch irgendwie pleite. Warum, wieso, weiß ich auch nicht. Aber nachdem Lina da war... Ich schwöre, als nach Lina auf die Welt gekommen ist... Wir hatten so viel Geld. Dann alles hat sich, ich weiß nicht, auf einmal so gedreht. Mir kam das Wort, dass ich Lotto gewonnen habe. Obwohl wir ganz normal gearbeitet hatten, aber so... Wir wussten nicht, woher dieses Geld gekommen ist. Ich glaube, wir haben unbewusst sehr, sehr viel gespart, weil wir wussten, okay, jetzt kommt ein Kind, wir sind nicht mehr alleine und... Ne? Wir haben einfach gespart. Das war echt krass. Also wenn ein Kind auf die Welt kommt, das kommt mit einem Geschenk, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so. Wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Und bei... Wir werden das Video auch jetzt gar nicht schneiden oder so. Wir werden das so online stellen, wie das jetzt so ist. Weil ich mag das nicht, wenn man Videos schneidet, dann kommt das nicht so authentisch rüber. Das drehen wir jetzt das erste Mal, das Video so. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich würde sagen... Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht mehr machen. Tschau. 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 Tschau.